Bild hab ich denn auch gesehen also meine Leute, das Spiel wieder neu Mastin spielt Riffle, ich spiel Fizz, äh Kot, ich spiel Xim der Marvin spielt TF und der Alex spielt Katelyn Jungle ich betone nur seine Role Katelyn Schanel Katelyn Schanel wenn man was betont und dann verspricht man sich, ist das Beste Katelyn Schanel Katelyn Schanel Katelyn Schanel Katelyn Schanel Katelyn Schanel Katelyn Schanel Hat jemand noch Telekom? Ja Hast du auch einen Hund picken? Ja, 115 Hundesund, Alter, oder? Ich hab 138 Aber auch nur, weil mein Bruder jetzt gerade noch eine Serie schaut Haha, das ist immer scheiße Aber Prison Break ist übel, übel die coole Serie Welche Staffel bist du? Alter, Konrad, ich hab das auch gesehen Schlechtende Folge Ja, erste Staffel ist richtig geil Danach wird's mal schlecht Konsti Bitte? Ich hab jetzt Bleach angefangen Geil Ich will nicht spoilern so, aber die drei Staffeln danach werden schlechter, Alter Soll ich euch True Detective spoilern? Nein Nein, ich soll nicht Nein, ich soll nicht Nein, ich soll nicht Also bei True Detective, ja Letzte Folge, kommt raus Er ist gar kein Detektiv Was ist das wohl, Alter Felix, alle, wo True Detective schauen, die schalten jetzt bei, also am Anfang des Dings direkt weg Ja 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 Jetzt haben wir alle weggeschaltet Der saß tief Alter, Hure am Heaven, ey. Ich hab heute auch Dr. Pepper gehabt Dann sagt deine Huren-Mam, sie soll ihr was machen Es ist Sonntag, wir haben nichts zu essen da, weißt du, oder? Bei Megis gehen würd ich sagen Ich war heut schon Döner Megis geht immer Megis geht immer Megis geht halt echt immer, bis zu 4 Uhr, ne? Ich mach den besten Pull den du je gesehen hast, okay? Oder soll ich nur noch ein Cheesy holen, Alter? Ein Cheesy vorm Schlafen gehen, wär schon gedient Alter, ich dachte du hast kein Geld Doch, jetzt hab ich Geld Für'n Cheesy hast du einmal Geld Hat deinem Mann das Video gewonnen und dem eigentlichen Quiz-Taxi? Ja, nächstes Mal Chris Marm Die hat dem Chris-Taxi gewonnen War heute so bei Chris, seine Mutter war am Start Hä, warum machst du halt bei Chris? Ähm, der hat mich überredet bei ihm zu pennen Hab ich halt bei ihm gepennt Und bin schwarz nach Hause gefahren, beziehungsweise gelaufen Also ich bin schwarz nach Hause gelaufen Alter Hab ein bisschen gerappt und so Hab sie dich erwischt? Polizei hat gesagt, das geht so, aber nicht Alex, ich Pull gleich, mal wenn du da ist Okay Oh fuck, hab total gesleept Hast den Pull gesehen? Ooooooh Konsti ist aber kein No-Sleeper, Alter Ja, ihr könnt gehen, dankeschön Der kommt nicht in den No-Sleep-Gang Wieso? Weil der sleept, hat er grad gesagt Alter, was ist ein Sleeper? Hab nicht sleepen gesagt Ey, Jo, das ist dein Computer, was war der Sleeper? Jo, das ist dein Computer, das ist ein Staubsauger Und? Das ist bei der Sleep-Taste Ja, ne, Nils macht ihn wieder zum Sleeper, ey Alter, ULK, Alter Ey, IMK Jetzt macht er echt überdessen Hey, hey, alles deine Schuld Lahn Alter, Konrad ist der größte No-Sleeper, den ich kenn Und ist like, 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 like I have liked Ey, die killen immer, oder? Ja, toll Nein, immer chillen gegen Yasus Die Top-Lin-Trades are real, ey, ohne Scheiß Was? Mit 500 Gold gehe ich sofort zurück Warum? Ne, mit dem Gold, also das lohnt sich gar nicht Doch, es lohnt sich erst recht Nein Doch, damit füllt es sich viel schneller auf Ich brauch' noch zu sein Hilfe, weil der Wuh- Weil der Wuh- weil der Wuh- weil der Wuh- sind Ahhhh Alter Du kriegst keine Gangs Und ich meine, also, oh mein Gott Du spielst Caitlyn Jungle Das ist so nervig, ich weiß, wenn du wirklich Hilfe brauchst, dann hast du eine Caitlyn Jungle Hä, ich bin über die Useful, was ist das Problem? Nein, ich sterbe Nein, ich sterbe Freikapos Komme Lass das Video beginnen Den hol' ich weiter Den hol' ich mir Den hol' ich mir Den hol' ich mir, Herr B. Colt Es tut mir leid, Alter, ich hab' ihn bezogen haben, helf' mich mach' voll Guck mal, der schreibt, Alter, der ist AFK Wahrscheinlich wurde er geflamed oder so, und jetzt sagt er Hä, wer hat das Ding gesagt? Oder was soll's sein? Egal, das hilft Ach, was soll's? Hast du das gesehen? Passiert Boah, war das schlecht Ich hab' nicht mal eine DC ähm Ich musste sogar flashen, so ein Safe-Kill, und der hat auch noch Legs Oh, ich sterbe eine Minute, ich sterbe eine Minute, Hilfe Kill gemacht, na, ha? Caitlyn in den Jungle oben Oh, weiß man Verneigt euch von mir Verneigt euch von mir Verneigt euch von mir Verneigt euch von mir Marvin, Marvin, worth it Hahahaha 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 Werf it Blue Card damit Wuuuuff Hahahaha 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 Marvin, stirbt gerade, Alter Das sah so geil aus Was ist da, was was passiert? Der dived, um eine Blue Card zu werfen und stirbt Hahahaha Hahahaha Welschelive Das war nie ein Seckschen, oder? Hahahaha Aber übel Hahahaha Dafür verarmt der Draven scheiße Ich auch Das ist doch AFK, glaub ich jetzt Ne, das hat, äh, nicht Draven Äh, wie heißt der Typ da? Alter, ihr könnt alle in Leaks, Alter Hahahaha 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 ître Hahahaha Das wird ne krasse Gang Aber das sieht gut aus, könnte gut werden Alter könnte ja richtig gut werden Go Tepchen, komm her Keine, ich bin oben, Alter Ich bin oben, aber das wird was Den ham amIL recruitment, Junge H Staatsanania HAAA Hey Karim Hasti, was machst du? Tsch/. Sch også Häss jammekarim Ja, ich damals daveđ Doppelgank Ich glaub auch noch voll rein ey Jetzt gleich engage 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 Wow wow Alter den hab ich gefickt Einer Junge den haste richtig gefickt Nein Guck mal wie ich ihn fick Ich snack den mir jetzt ab Ich mach Tower Dive Ich flash rein und dann mach ich E und dann mach ich Q Du Hundesohn Soll ich's mach? Soll ich's machen? Ja klar alter klar Okay Komm jetzt ist er eh schon tot Was machst du da? Du hast gesagt ich soll's machen Ikari bist da nur so nebenbei Oh fuck ich brauch etwas mehr Oh scheiße Komm ich leck ihn von der hab ich leck ihn von der Oh was Geh weg Geh der runter ja Alter haben wir den verarscht Junge Alter Getwrecked alter getwrecked Woah und dann auch noch den Farmer alter Jetzt nochmal gleiche Action ich flash nochmal rein Aber die Krüvenfarm ist so einfach und ich verkack's gerade einfach Ich glaub ich geh ernsthaft zu Meckles und bin mit dem Cheesy ey Du gehst jetzt mit zu Meckles Warum nicht? Also noch ein Game halt Warum nicht? Ey danach kannst du's gerne machen Was die bestes Leben Sonntagabend zum Meck Einen Cheeseburger holen Der ist einfach ranzig Und was willst du denn? Ey jetzt komm sei mal realistisch wer macht sowas? Äh Herr Beekholz Ja ich Ich wohne übelst nah am Meckles Da kann ich's auch ausnutzen Alter Was ist bei dir übelst nah? Na 5 Minuten doch nicht da So weit Oh Gott 5 Minuten Der steht mit rückweg 10 Minuten Uhhh dafür hab ich nen Cheeseburger Dann musst du noch anstehen 15 Minuten Bist du Meckles süchtig oder was? Halt's morgen Alex ist Dr. Pepper süchtig Echt stimmt Da kann man nix gegen sagen Ey wann kommt mein scheiß Blue Alter? Ich warte hier schon für 30 Sekunden Alter wann kommt mein scheiß Blue Alex? Du kriegst geil Was? Alex kennst du die Dr. Pepper Folge von Surfbug? Nein Ich nicht Schlecht Was passiert da? Vielleicht kenn ich's doch Nicht mal der Felix Handy Ähm Das war Wo Kennys Eltern In den Knast kommen Und die zu so ner Pflegefamil kommen Ich muss echt unbekannt sein Wenn die nicht mehr der Feli Bedi kennt Ah ich schau mal unter Ich war so viel Sobfahrer Früher hab ich mich Aller jeden Abend Richtig heftig Aller jeden Abend Alter Basti kennst du die Spongebob Folge Wo der Gary so ne Geldanziehmagnetmaschine ist? Ja ich glaub schon Die ist neu Hab ich heute gesehen Wie neu Ich glaub ich kenn den Die ganz neuen kenn ich nicht Aber Ich glaub die ist semi-neu Oder? Ja es ist semi-neu auf jeden Fall Ja dann kenn ich Oh man Hacker Oh man Hacker Oh man Egg Texas WTF 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 Wieso Alter ich verkack grad jeden Farbe ohne Scheiß Ich geh jetzt auf Carrier Surrender Und dann behalte ich meine 1-0 ok? Stimmt du hast ja den einzigen Killer aus unserem Team Ja ihr könnt alles nicht Katelyn Juggler ruled einfach Ist so alter Ist so Hundesohn ey Oh man mein ADC kann ich escapen Hapen 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 Ups Hat es keiner gesehen Ok 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 Spielen wir jetzt mal richtig Ok Wann Basti wir läuft's auf der Top Ich fahr'n voll scheiße Ich fahr'n voll scheiße Was bin ich? Ok Du musst erst den Champ wechseln um richtig zu spielen Gibt's noch? Ich weiß ja nicht Ich glaub mein Yasu bekommt grad Blue deswegen ist er nicht da Ja Oh Übelst Aber ich krieg ja keinen Blue weil ich hab'n scheiß Jungle Richtig Ja 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 Ich brauch den meine Fallen kostet so viel Mana Oh Das kann ich nicht ganken sorry Ich komm Alter den hast du hart gefickt Junge Mach mal was ich kann ult Kann den abulten wenn er so läuft ist Ok wie deine Tower rein flasht und eh Ja ja Oh nein Oh nein Verpiss dich jetzt du Hultsohn Ich tu den nicht für dich undamage damit du ihn abulten kannst Was willst du dir holen? Verpiss dich jetzt! Machen Was willst du dir holen als für das Ulten? Da hast du mich dann nicht mehr verarmt Alex Ist das Alter Schlecht Warum? Du hast doch so kein Schaden Oh jetzt kommt gleich Alex zu Ulten Ich komm mal Alex kommt jetzt zu Ulten Ich tu Ne warte 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 Jetzt Komm rein 2-0 2-0 2-0 Learn to play Was machst du da Felix auch? Ich komm mal Battle 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 und Alex jetzt komm 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 Oh Alex abult abult Ach hast du ja schon da Oh man ich lege voll das ist so hässlich Wenn er mich Ult ist bin ich tot Ja ich hab meine Ult gefailt 2 Gehi Gehi Äh Loller von mir aufgut Lass mal pushen Lass mal pushen Alter glauben ich meine Lastsitz Glaub mich immer meine Lastsitz Glaub ich immer meine Lastsitz Alter woer Fils Ich geh jetzt weg Basti Farmerino Komm so scheiße Alter Mach das Finde ich sogar gut Warum? Warum nicht? Das ist der Tauer Scheiße Okay Der Tauer muss fallen 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 Was Creight machs nicht Ult ready oder was? Ich rede ich Alter 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 Web macht alle Wun-Hit Ist echt voll die Geile ult Alter Komm hinter der Wixer Von Auto-Hit ist das ein Crit Kann ja wohl nicht sein Krass konstig ey Kannst du bitte nicht auf Herz Die mich auch heftig ey Aber bitte nicht verschlucken Erst mal kotzen Alter lad Und ihr wusstet nicht welches Lied ich meine, Alter. Als ich auf der Laden die ganze Zeit meinte, dass Reggie Dubs das Lied, Alter. Alter, dann hab ich gesagt, dass es das Reggie Dubs das Lied. Oh Mann, Schonsti, was ist da los? Ja, aber wir kennen das immer noch nicht. Ich mein, das ist Magic Bandem von Parkour 3. Da, wo der Sohn von Bob Marley am Start ist, oder? Ich zog, zog wie ne Pussy. Zusammen mit Skrillex. Klappen wir ihn jetzt auf dem Social-Arten. Alter, Achtung, der Trash kommt durch Genken. Oh, 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 oh! Komm auch, Alter, ich komm auch, es gibt nen Panther. Nein! Was machst du, oder Marvin, Alter? Ult, Ult! 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 Meteor! Pis appropriately! Ult! Mate! Democrats Tran considere! Ich hab übelst den Hyping. Genau so. Das will ich mal bei der CD kommen. Deswegen hast du 2-0. Und du bist halt echt nicht useless. Das ist Hack-Karim. Oh my god. Im Siege-Mau. Wie können wir? Oh, wie wie? Wie wie? Der wird abgeultet, alter. Der wird abgeultet. What the fuck? Nein, 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 nein. M-M-M-M-M. Lecker Flash war alles so cool. Y-O-N-O-Weiß. Ey, was machst du hier? Ach, Marvin. L-Uls! L-Uls! Ich hab keine Ult. Alex, wo bleibt mein Blue? Hab ich grad. Wollte Marvin machen, sorry. Ach so, hast du'n gesaved von Marvin. Eigentlich wollte ich bei mir. Marv, du Dreck-Sau! Leute, mal ganz ernsthaft. Wir spielen 3-11, lass uns mal gewinnen, alter. Ja, ich bin dabei. Wobei kommt deine. Damit es das übelst abfuckt, wenn wir das gewinnen, Alter. Gell, Basti, du gewinnst ja nicht deine Lane. Ähm, weil ich gegamst. Nein, wir müssen noch ein bisschen warten, Alter. Wir müssen noch ein bisschen warten. Wow! Ich meine, um 1 zu 1 mach ich den kaputt. Alex! Ja? Damaged, Leute, in der Mitte! Wartest du es? Alter, ne, da hab ich... Da hab ich... Hätte ich ja nicht sehen müssen, ob der Lane ist. Ich tue einfach meinen Escape-Spale-Usern und... um zu attacken. Boll ohne Ball! Boll mit dem Benz! Boll mit dem ich kommt, ob... Wir müssen jetzt mitte pushen, aber... Komm, monst der Malbach, solange es sie noch nicht gibt. Es werden keine Häkere auf der Welt mehr produziert. Ja, doch. Nein. Den Tourette kriegen wir. Das ist der zweite Tourette. Oh, das ist ja zu. Den Tourette bekommen wir. Okay. XD2. Ja, komm mal, Dragon. Dragon. Okay, okay. Man, ich fick... Fucken! Ich fick lieber... Raiden. Ey, wenn du da hin kommst, bist du so'n Hurenz... Alter, du bist so'n Scheiß-Wichse! Fucken! Äh, ja, machen wir jetzt Dragon, weil die werden Dragon machen. Alter! Da könnte ich mich schon wie so'n Türke, Alter! Alex Ulti! Komm! Go, go, Leute! Go, go! Scheiße! Den holen wir uns! Oh, oh! Ich hab keinen Mann auf der Ulti! Fuck! Mach was, Felix! Fuck! Voll useless! Du wirst so drauf gehen! Nein! Mach doch was! Oh! Das war gut, Leute! Ach, Leute! Ich spiel nur für den, was ist los mit euch! Ich hatte kein Zweifel! Alter, Alex, du kannst nicht Charriere, Alter, du nicht mal die Codems kannst du nachstecken! Ich seh' dich! Ich seh' dich! Ich seh' dich! Ja, aber du kannst nichts! Weg! Weg! Ha! Ha! Passt nicht, resistest du dich ein bisschen auf der Top! Ne! Nein! Passt schon! 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 Marvin, geh weg! Ich will auch mal weg! Oh, Konsti, du wickst, Alter! Alter, geh dir mal bot! Was machst du denn? Ich mach' nachfüß! Warum ist Konsti top? Weil der mal, weil der mal die Farms nimmt, Alter! Alter! Alter, du bist Mist geworden! Alter, gib mir! Alter, gib mir! Ich gag top! Ich gag top! Geh mal bot jetzt, Konstantin! Ich hab' den grad nicht... Warte, du hast das Item? Warte mal was? Jetzt wird gegankt, Leute! Jetzt wird gegankt! 10 Sekunden Ulti! Ok! Ja, bot ist jetzt weg, das ist euch schon bewusst! Ich schock mich nicht! Engage! 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 Ich komm' da lang! Okay, ne Moment! Basti, lauf doch hoch! Ja, chill doch! Oh mein Gott! Was die facken, Alter! Ich komme! Was machst du da? Was machst du da? Alter, was für Plays! Der Plays! Der Plays are real, Alter! Nein! Nein! Alter, dieser Draven-Schaden ist ja warum... Warte, was ist denn los mit euch? Ich hab' so Hunger, ey! Hey, was ist denn los mit euch? Ich hab' so Hunger, ey! Hey, was ist denn los mit euch? Ja, und selber schuld! Ja, und selber schuld! Ja, ne! Oh, verdammt! Ich glaub' die wollen mich dalven, meine Freundchen! Dalven mich auch! Das soll sein einfach nicht gelingen! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Die Trap ist voll! Der geht in die Trap! Alle, wenn der stirbt, das wär' so geil! Du hast dich auf AP gespielt, dann wer den Trap jetzt macht! Richtig am Hut, ne? Na, 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 na! Der schlüsst du den! Alter, Dead-Top-Lane, Alter! Ich glaub' mit AP-Kate kannst du richtig gut junglen! Auf jeden Fall! Dann clearst du einfach die Viecher weg! Das ist scheißegal! Warum gönnst du nicht wieder in den Playmen? Ja, wenn du dir mal meckern sehen würdest, oder wie ich grade im Spiele, das ist abnormal! Warum sollte ich? Der Tech-Speed! Das macht keinen Sinn! Oh, ne, das macht echt keinen Sinn! Bastian, was für Humbug denkst du eigentlich schon wieder? Ah, voll! Wär echt Sebastian, ne? Oh, fuck! Oh, leck, 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 leck! Was macht denn der für Damage?! W-Wer ist Top-Lane? Scheiß-Fieder! Das ist aber echt zufällig! Ich wurde dreimal gegankt! Ja, Felix auch! Von mir! Ja, auch! Zweimal! Marvin! Das fuck-out, du Mensch, Alter! So ne Hure, Marvin! Oh, da gibt's den Blue-Bab zu holen! Was konntest ich? Alter! Oh, Leute! Oh, Leute! Das ist geil! Mein schöner Blue! Ey, den wollte ich haben! Was konntest du denn? Oh, Mann! Ey, lass mal Mitte durchpuschen! Ich hab Blue! Ich brauch Hilfe! Ich brauch Hilfe! Karte-Geschicht! Wo hängst du schon wieder rum? Ach, der Welt braucht der Tech-Gesend! Warum machst du so was, Herr B-Calls? Die ist Ult-Bweger, Alter! Hast du die Ult gezählt? Alter! Ich hab daraus Smartcast! Wieso hast du dich abgefeuert? 2-6-Beste, oder? Boah, jetzt noch ein Teasy, sonst bin ich richtig erraschend! Alter, den wollte ich echt teasen! Ach, du Bastard! Warte doch einfach, du morgens früh und erst dann was! Was? Warte auf den Morgen, doch einfach! Lauf, lauf, lauf! Alter, was tut der mit wie Gefieder ist denn der? Boah, knappe Sache! Boah! Lass mal, mein Redo! Ich hab nicht fünf Kills beschert! Alter, wie hab ich damit bekommen? Ich war nicht mehr in der Chef, Ult! Fuckin! Boah! 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 Find ich nicht! Dann essen Brot oder sowas! Haben wir nicht! Alter, wie traurig! Boah! 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 Den Gankler kann man kill, den hab ich schonmal gekillt. Den kill den auch. Oh okay. Ach du Scheiße. Alter, aber das ist escape. Alter, hier kannst du eins killen, Alex. Das ist halt gar nicht. Alter, das ist ja so gut. Alter. Schon wieder hab ich keinen kill. Nein! Alter, Trash hat's gefehlt, ey. Alter, das ist ja Trash. Halt's mal hier. Halt's mal hier. Findbij doch die Mitlähne. Basti save mich Hunde Sohn, warum save ich dich? Guter save Basti. wieso machst du nicht genug schaden warum machst du gar keinen schaden das ist die frage ich bin der support ich bin der support warum lässt du mir nicht die farms ich habe es nicht nur ein schwebs sind deshalb ich mache nur dritte damit man gar nicht mehr durchkommt so und nein du spastart du spastart du bist du lebt immer smite alex immer smite ist es dein ernst ich hab's doch ganz genau gesehen oh nein get back oh Felix mach Q durch den Durchrennen geht er eben auf die andere Seite Alter Felix ist so gut oh mein Gott Felix bist du behindert im Kopf Felix Felix kann pissen mich Felix ist so schlecht alter das war voll easy alter ich hab voll gecarried nein ohne Scheiße ist doch kein Easy denn kommen können auf jeden Fall ich mein es erstens so ich weiß auch ehrlichkeit ich kate den ich kate den katz vor allem ja mach mal was konstant ich hab mir viel aufgewollt ich hab bestimmt noch die nicht zu mir du hässlon ok was fickt euch du bist tot Leute ich kenne das jetzt indem wir dich in dem Himitor mach ok man ist lag voll was ich hatte meinen eh nicht ready hätte ich es kämpfen können zu du bist hier und ich war ja auch hochkönnen die Jahre ja dann wäre ich im Augen gestorben naja wie ich hab mal das gut so hexte machen können da wäre ich nicht hochgekommen die kugel ist ja davor warum zu skaten zu werden ich werde die gewissen und die hexte war doch herrn aus den geringen aus der politik ob der polis hier von hier nach hier bin ich gekocht dann habe ich mich hier schon wieder kuretti das hat so erzählt was du willst auf der folge nur all das ist der mensch dort wird wieder und der polis als wir sind gespielt so was mache ich nicht wir haben uns zu sagen aber ich habe es um ich habe und ich bin so und ich bin so und aus dem Ort der Rappen der Roboter nein ein sprechender der Rappen der Roboter ein sprechender Roboter Rappen der Roboter ein sprechender Roboter der bahnroboter also ein sprecher da roboter er trete treten mit dem band wollen mit dem mike hax so lange es sie noch gibt mein karte ist es denn es wäre schon mal kurz produziert das macht keinen sinn doch mal macht das wirst du es nicht wusstet ihr dass das rolex als private firma als charity firma angemeldet ist und deshalb müssen die keine dings zahlen keine schulden äh ne keine schulden wie heißt die 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 ja genau das heißt nicht steuern das ist was anderes ja das ist eine art von steuerung aber man nennt es doch anders deine mutter ist eine steuer deine mutter bezahlt keine steuer weil die schwarze hundesteuer weil du ein hundin bist gefickt nein überhaupt nicht gefickt nein du bezahlst doch keine hundesteuer wenn du ein hund bist dann natürlich bist du deine marmhundesteuer das ist eine summerjam line nein das ist nicht doch nicht ich glaube meine lindse alter was ist denn das ist aber nicht dasselbe die machen gerade trageik oh verdammt ja scheiße trageik die machen unsere baggings helft mir doch ihr factlords alter alex los zeig dir mal jetzt wie du wo da hängen hängt junglerbattle alex kommt alle jahre als der 0 6 2 5 und 3 8 also alle ich meine ich hätte es recht ist weil ich ganz ehrlich allerdings nur schulden wir gar nicht wir müssen es jetzt auf die botten schieben weil die schlechtere setzte als wir leider ist ein sportler oder 08 und 06. Kann das denn sein, Alter? Ich spiel nie wieder mit euch. 111 Farms, 30. Min. Alter, du wolltest die Cheesy holen willst, ganz ehrlich. Schlechten Cheesy holen. Konsti, du hast noch nicht mal 100. Weil ich Support bin. Sagt mir, welcher Sinn ist der mit der Support. Konsti hat doch nicht mal eine Flur, Alter. Alter, warum bin ich nie im Start mit Chaos? Oh mein Gott! Ich hab den gedivet und hab die Battle gewonnen und dann bin ich noch gestorben, weil ich zwar ein Power-Roll war. Lächt dich, Marvin. Habt ihr gehört? Wir haben eine Schüssel. Wir haben eine Chance. Fuck. Geht's auf den. Oh fuck. Alter, Marvin, der Place ist hier. Oh, Alter. Supermin hat mich getötet. Was? Ich hab keinen Krieg. Ich hab keinen Kill gekriegt. Ja, hab einen Kill bekommen. Bier positiv. Ich stehe 4-5, Alter. Leute, ich kann Gangplank unter Tower 1 versus 1. Ich kann Gangplank unter Tower 1 versus 1. Konsti sind's positiv. Ich kann Gangplank unter Tower 1 versus 1, wir können auch gewinnen, Leute. Konsti sind's positiv. Konsti sind's positiv. Konsti ist mir was Neues. Besser als unser Heidi Carrey. Alter. Mit dir spiel ich nicht mehr Mario. Alter, Konsti, warum holst du dir Berggesicht? Beste erstmal Sonjas. Hey, war das Berggesicht? Ja. Achso, Face of Mountain. Berggesicht. Ich hoffe, wie kann man bei Light arbeiten, dann mach ich die Übersetzung in Alter. Alter, du bist wie würdest das Berggesicht. Oh, ich hab die heutige Folge One Piece noch nicht geschaut. Hast du sonst alle geguckt? Ähm, ja. Alter. Das Ding, die Dinger werden immer noch produziert, wieviele Folgen? Gibt's 3 Millionen? Weiß ich nicht. Bestimmt, Alter. Glaubst du, die Kalex100 oder so. Gibt eigentlich von jeder Serie 3 Millionen Folgen. Die sind doch nicht alle veröffentlicht. Das stimmt. Weil irgendwann werden die immer schlecht. Und irgendwie so Abfolge 2000 oder 1000. Manchmal auch schon Sache 6. Staffel. Müssen wir absetzen. Wacken! Denn der Felix ist ein Wacken und er wird noch produziert. Leute! Leute, wollen wir ne Wette aufhören? Ne Wette machen? Ne Wette aufhören, Leute. Ich hab Hunger, ja. Ja, Leute. Die einen werden dumm, wenn sie Hunger haben und die anderen werden mies gelaunt. Äh, 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 äh. Alex hat nur Ripser. Du bist dumm. Alter, Felix ist ein Wichse. Es ist echt Wichse. Alter, was soll das, Leute? Immer wüsst du mich maupen. Ah, meine Call. Ohhhh. Macht Deutsch. Macht was. Alex, engage! Also ich muss schon sagen, das Support-Item ist echt gut. Wer hat 4-Made? Ich will nicht negativ werden, deshalb geh ich jetzt. Ah, kommst du hier. Ich hab 4-Made. Ich hab 4-Made. Ich hab 4-Made. Da wird einer gestoomt. Aua! Da wird einer gestoomt. Oh no! Er smackt! Ich hab alles nicht mehr gemacht, Leute. Marvin, wieso trollst du eigentlich? Keine Ahnung. Oh, ich tue. Meine Frisse, ey. Marvin, wieso bist du eigentlich so ein Ficklas? Ich krieg's mir erst mal ein Hydra. Ohne Scheiße, Alter. Ich glaub, Basti, du wohnst. Ohne Flux. Konzert, ich hätte positiv. Das Krux ist Flex. Das Messer ist Glänz. Die Rolex ist echt, die Friss ist die Glänz. Können wir das Render, dann bleib ich positiv. Niemals. Nein, das gewinne ich. Das gewinnen wir doch noch mal easy. Solche Gales hab ich schon gewonnen, Alex. Das können wir halt wirklich noch gewinnen, ne? Ja, wir haben einen Halt, wirklich. Ja, wenn wir die irgendwie mit Glück acen. Okay, jetzt sieht's echt schön aus. Alter, gönnt euch mal den Halt. Alter, die Menschen sind zu machen, hier den Scheiß. Oh, Scheiße. Seid ihr behindert im Korb. Ich mach doch schon alles, was ich kann. Das fehl, du. Wuuu. Guck mal, wie hart ich Damage schon mit meinem Auto attacken. Nein! Was denn? Das ist so greedy. Nein, schon wieder kein... Alter, das gibt's so nicht. Ich hab Uld, Alter, ne? Alter, ich kriege Teil 3. Du bist so satt. Hä? Wird seine Scheiß verkackte Juden uld? Ich bin nicht schnell genug für den Feind. Nein! Alter! Alter, Leute, wir haben die gepflegt, Alter. Was ist das Bösser-Groß? Oh! 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 Prozent Prozent das ist was ja mein Stuhl hat ja auch immer ein halbes Jahr lang gequetscht so richtig laut und irgendwann hat der gequetscht als sie im Raum vor und ich dachte so ach das ist der Stuhl ich dachte immer das wäre zu tun ja aber die Zuschauer wissen es doch nicht weil alle Zuschauer wissen es doch nicht weil alle zuschauen wir wissen dass es in der Schlampe ist ey ich glaub die machen gar Baron den Fickfotzen ja in der Saison Alex Engage Engage ich soll jetzt ich spring da rüber und ich spring wieder zurück ok warum haben die kein Barren gemacht wir ficken die trotzdem Leute grad wenn die keinen Baron haben also Leute hört mir jetzt zu die Planänderung ist jetzt machen sie Baron jetzt machen sie Baron die haben meine Worte gecleared oh verdammte Kästchen oh nein wir brauchen keinen Wischen das einzige was wir brauchen ist oh nein oh nein Felix oh mein Gott Felix ich kann das jetzt kennen ohne Scheiß ich überlebe ich überlebe ich komm schon bitte bitte komm Felix du Dreckskanake was jetzt bin ich nicht mehr positiv ihr seid solche Fickfotzen alter jetzt zur Ich bin weg Mensch mach ich nicht mit nein ich geb er Banis Leute dreht euch um işte was machst du da Mavin ich hab mich weg geportet damit ich nicht sterbe hm Disecs und so oh da gönne ich mit sein ja toll GG ja bravo Leute ihr müsst schon rein rennen Mogen bei der Kyong ichulos sieht das ihr müsst schon rein ich hab ein gekillt, hab ein gekillt ja ne mit euch spiel ich nicht mehr also Leute tschaußen auf wiedersehen